So, Mangiare, Mangiare. Deine Klingel klingt komisch. Okay. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann habt ihr Konsumas Klingel noch nicht gehört, weil der hat nämlich eine Knast-Klingel. Eine richtig schöne Knast-Klingel. Bei der Gingel geht das nur so... Was war das? Was? Bei der Gingel geht das nur so... Was war das? Was? Bei der Gingel geht das nur so... Was war das? Was war das? Jetzt hab ich's. Ich drück mal eben kurz Videoclip speichern. Ich hab's. Ich hab's wieder. Jetzt habt ihr's gesehen. Und jetzt hab ich den Beweis. Jetzt hab ich's sogar auf Video. Das werd ich auf YouTube hochladen. Weil viele haben mich gefragt, wann kommt mal wieder der schwebende Körper. Da war's. Ich hab Besuch vom Freund. Alter, Finde. Was gibt's denn nun? Nee, keine Pizza. Heute gibt's chinesisch bei uns. Lecker, äh, Pekingente süß-sauer mit gebratenen Nudeln. Ess ich zumindest. Und, äh, mein Kollege ist, ähm... ...